Ja, ein herzliches Hallo noch einmal zum letzten Rennen der Moto2. Honda gegen Yamaha, das ewige Duell hier in der MotoGP, da werden wir jetzt auch demnächst dann bald mitmischen können. Letzter Auftritt, ja, zum Ende beim MotoGP von Valencia sind noch jede Menge wichtige Punkte zum Vergeben, das ist richtig. Eigentlich ist es nur mehr bei uns interessant in der Moto2. Ja, Moto3, 14 Punkte, wird schwer für Salom bei den Ergebnissen. So, 9 Punkte, ich habe mir das da aufgeschrieben, irgendwo, wenn es weiß. Genau, 25 für den ersten und 16 für den dritten, das wären ja genau 9 Punkte, das wäre interessant, als es genau so ausgehen würde. Ich Zweiter, mehr Vierter, 20, 13 Punkte, nein, Fünfter mit 11 Punkten, oh. Ja, erst einmal gewinnen, das wird schwer. Das wird auf jeden Fall schwer, hier Weltmeister noch zu werden, hier in der Moto2. War vielleicht doch, ja gut, von der Spannung her passt, aber hier das schlechtere Team noch einmal auszuwählen, war natürlich nicht ganz für die WM förderlich, muss man sagen. Aber ich habe mir gedacht, dass das eventuell doch leichter wird, aber okay, ist ja kein Problem. Es ist auf jeden Fall spannend, das passt. Waren auch ein paar Fehler von mir dabei, macht aber nichts. So, Rennen starten, ja, ich werde doch das 50% Rennen fahren, was ich da gesehen habe, das ist noch nicht, das ist dann zu lang auch. Und Valencia ist auch nicht wirklich dafür, glaube ich, geeignet. Aber dazu kommen wir vielleicht dann zum Schluss vom Rennen noch einmal oder mittendrin noch einmal kurz darauf zu reden. Ja, dann, das ist der erste Punkt, der zweite Punkt, was ich noch sagen wollte. Nach dem Grand Prix wird es ja dann wahrscheinlich die Entscheidung geben. Die werde ich einmal anklicken, da werden wir mal reinschauen, was es gibt. Und dann werde ich auf jeden Fall, weiß nicht, das Spiel einmal, ich werde es auf jeden Fall probieren, einfach abzufügen. Mit STRG-Halt entfernen, Task Manager und dann das Spiel abbrechen. Dann müsste eigentlich der Speicherstand eh von Motorhome hier nach dem Grand Prix quasi hoffentlich gespeichert sein. Dann können wir so eine kleine Mini-Abstimmung dann starten, wo wir hingehen sollten, welches Team. Wenn wir jetzt nur ein Angebot bekommen sollten von Claiming Rule, gut, dann haben wir eh keine Auswahl, weil in dem Motto 2 werden wir nicht bleiben. Aber falls wir dann mehrere Angebote haben und ich weiß es nicht, wo ich hingehen soll, die Situation ist dann nicht ganz klar, werden wir da eine kleine Mini-Abstimmung, wenn sich wer beteiligen will, dann starten. Aber das werden wir dann am Ende von diesem Take dann sehen. Das wird eben nur ein kurzer Take in dem Sinne, dass wir jetzt nur ein Rennen da haben. Und dann, ja, da werden wir schauen, was für ein Angebot das wir bekommen haben. Eventuell, hm, nein, das fahren wir dann im nächsten Take. Wir werden nur einmal das Team das aussuchen. Wenn es jetzt nur eins gibt, da werden wir da einsteigen und dann werden wir das dann im nächsten Take dann, da werden wir dann durchstarten. So werde ich, glaube ich, mal machen jetzt nochmal fürs Erste. So, mal fürs letzte Rennen haben wir überlegt. Vielleicht, vielleicht könnte man ja da, hm, Fast-Deal, was gibt es da, Körper raus, Schulter raus, Alte Schule, schaut ein bisschen komisch aus, nach oben. Ausbalanciert, Ellbogen, Ellbogen oben. Ne, mal Alte Schule. Jetzt sind wir mal da alles anders. So, Erscheinung, na, hell, warten wir mal, schauen wir mal, die Nummer lassen wir. Ah, schauen wir mal, was könnte man noch für eine Farbe hier zum Schluss nehmen. Was wäre noch lustig? Ich gehe aus mit Rosa, Violett, so wie Espargaro, nö. Na gut, so viel gibt es aber nicht zur Auswahl. Was ist das? Amaranth. Ne, einfach mal Violett. Scheiß drauf. Magenta, genau. So, das Abschluss-Gag hier. Äh, hellmäßig, was könnte man da nehmen? Schwarz passt auch gut dazu eigentlich. Ah, hier, roter, roter, österreichischer Helm. So leicht angelehnt. Ähm, nö, der gefällt mir eigentlich da. Ganz gut auch. So, ja, das lassen wir mal. Das kleine Abschluss hier von der Moto2. Und dann gehen wir auch schon rein und starten los. So, dann haben wir noch mal eine Kleinigkeit zum Trinken noch. So, dass wir da verpflegt sind. Und dann gehen wir gleich ins Qualifying. Hallo zusammen und willkommen im Spannerschnitt. Ja, passt. War etwas, perfekt. Die Techniker und Fahrer machen Sie schon mal. Da ist ja keiner reinpfuscht. Denn das Qualifying-Start... Uh, Sonne ist schon mal sehr gut. Uh, hier, Violette, sehr sexy hier. Im letzten Grand Prix. Ja, schon gar nicht einmal so beschissen aus. So, voll. Äh, Getriebe habe ich, glaube ich, gehabt. Und Einzelroter, das soll doch nicht. Ja, ja, klar. Zack. Wolfheng ist voll im Trockenen. Absolut kein Problem. So, da drüben. Da habe ich gar nicht rüber geschaut. Aber jetzt das letzte Mal hier Sandro Cortese aus Teamkollege hier. Schauen wir mal rüber in die Box. Ist auch ein bisschen frustriert mit seinen Ergebnissen. Mal schauen, vielleicht kommt ja da irgendwann mal was, wo man vielleicht ein bisschen was motten kann oder so. Dass man da ein bisschen selber mal einstellen kann. Vielleicht ein bisschen. Schauen wir mal. So. Schauen wir mal. Vielleicht liegt es diesmal gleich einmal in der ersten Runde. Eine schnelle Zeit, damit wir auch zufrieden sind. Grundy Krumme nachher. Ja, Teamkollege hier von Ege da vorne und von Krumme nachher. Das wäre auch ganz nice gewesen. So am Rande jetzt. Das ist unglaublich. Und wieder in der ersten Runde hier bei der Aufnahme geht er hier zu weit. Vorher in allen Testfahrten, Qualifyings, Rennen noch nie zu weit. Das ist wirklich ein Phänomen. Ist der Video so anders? Er hat die Farbe. Egal. Das war schon. Vorher in zwei. Oder mehrere Runden wieder. So, wie es hier meistens der Fall ist. Momentan stört uns der Krumme nachher noch nicht. Ja, hier kommen wir auch hier zu spät. Da müssen wir noch so früh, dass wir gut drauf passen. So, lasst du mir jetzt da vorbei, oder? Dass ich da schön meine Runde dann ziehen kann. So, jetzt schön innen vorbei. Jawohl, das geht an dem Rennen auch schön. Oh, 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 oh. Ein Rennen im Trockenen hat es zumindest so ausgesehen, dass ich da dann auch hier überholt habe und dann davon gefahren bin. Und das wäre 100% ein bisschen mühsam. Ja, das wäre bei Modigy, ja, es rauf wahrscheinlich schon zu viel. So, jetzt reicht es aber. Zurück wieder, das gibt es ja nicht. Was ist denn da los? Zu spät eingeleckt eher. Das geht einfach nicht, ich glaub's nicht. Auf einmal vor der einen Sekunden auf die andere kein Gefühl mehr auf das Motorrad, das Feintune zumindest. Schauen wir mal inzwischen zu ran, die wird schon nicht fatal sein. Sag ja, grau, so jetzt reicht's. So in die Box, frische Reifen und los geht's noch einmal. Jetzt ist wieder der Verkehr ohne Ende. Wieder schauen, noch einmal raus. Warten. Seht man da, wer wo auf der Strecke, nein, sieht man nicht. Und noch ein Versuch. Schöner Krummel nachher. Ja, jetzt gibt's jetzt, so schnell war der jetzt aber nicht, oder? So, jetzt lassen wir jetzt einmal ein bisschen fahren, vielleicht vielleicht bald einmal in die Box wieder. Also zumindest jetzt diese Ausricht nicht mehr haben. Ich finde eigentlich, dass keine Nase hält, was in die Richtung abgibt, jetzt sind Sie doch hier an der Seite und die Farben, so zum Beispiel abgibt. So, jetzt aber. Naja... Ah, das war schon besser. 13 in rein, ja, das ist immer gut unterwegs, eigentlich. Jetzt muss ich aber am schnellsten hier heutzutage, in der selben Zeit. Da geht auch noch. Die geht gerade hinten. Sehntel. Da wollen wir aber das im letzten Sektor eventuell rausholen könnten. Das habe ich da jetzt für Linien. Das ist eben nicht zu fassen. Eins testen zu. Hier ist natürlich Sturzgefahr, da hinten am blauen Körper. Da muss man auch passen, da dürfen wir im Rennen nicht zu aggressiv drüber gehen. Aber da haben wir zum Schluss nochmal jetzt doch wieder aufgeholt und jetzt kommt wieder einer raus. Na genau. Jetzt haben wir das endlich wieder erwischt. Vielleicht sind wir jetzt wieder drin. Den brauchen wir immer. Jordi Tpares. Und da steht die rote Zeit. Jawohl, das war es schon einmal. Okay, jetzt sind wir schnell. Jetzt ist mit einer da. Ist ganz typisch. Ja, gehört ja nur zu, zum Wollefeigen. Da muss man halt damit drehen. Ich glaube, da ist jetzt eh nicht so langsam. Das ist jetzt eine Zeit, zwei Zettel, das passt. Ja, wenn die etwas wird, dann brauche ich vorne nichts ausschneiden. Zwei Neymarck mit da. Zwei Fellruppen. Jetzt schaut das eigentlich schon noch einiges besser aus hier. Schön erwischt. Hier voll rein. Jawoll. Roter hier und in die Eisen. hat es leicht gebremst aber das müsste sich ausgehen und erster mit zwei Zettel das nehmen wir gleich zurück in die Box Zetten anschauen und wo ist Ege da? Sechster, das trifft sich natürlich sehr gut wenn er hier im Start schon einmal nicht so gut drauf ist Fünfter wieder Sechster jetzt ist er Zweiter nein, nicht zum Schluss, wird er Zweiter ich glaub's nicht da haut er noch zum Schluss eine Runde raus, Dominik Ege da da war er Fünfter, Sechster und jetzt findet er plötzlich hier noch die Zeit ja, das gibt sie nicht das ist ja das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für uns wissen wir, welcher Fahrer den Vorteil hat morgen von der Pole Position starten zu dürfen ja, er weiß natürlich auch, was geht hier um die WM da hat er natürlich noch einmal zum schluss noch einmal was extra raus geholt aus sich und aus der Maschine anscheinend ja, wir die drei ersten auch hier in der Startaufstellung vorne ja, da können wir jetzt nur hoffen vom Rennen her machen wir jetzt nicht allzu viele Sorgen und schau mal wo heute der letzte Durchgang der diesjährigen Moto2 Saison startet naja, wenn er da nicht Probleme hat Wetterfrösche Saison ist die Sonne, das ist sehr gut ja, wenn er jetzt nicht irgendwelche Probleme hat zum letzten Mal hier raus aus unserer Box jetzt war ich ein bisschen Schnee drauf, aber ok das letzte Mal waren wir da jetzt in unserer Box aber egal, so, er geht da hoffentlich wir können uns gleich einmal den Start hier anschauen wenn ihr keine, ja, die zweite Reihe ist dann weiter hinten also maximal dritter Reading, kommt er gut weg? ah, schaut doch gut aus viel er geht da glaube ich schau mal die ersten Kurven an da will er uns sogar vielleicht mit einem Sieg ah, das wird ihm nicht gelingen er probiert du das ja, wenn er zweiter wird jetzt schieße ich meinen ab wünsche mir natürlich nicht, aber die wollen auch Moto2 Weltmeister werden wenn ich da bin mal draußen Kalio da ja, wenn ihn die beiden überholt und ich geht sich's aus ich will nicht aufpassen ich darf natürlich auch hier die zwei Mach VDS Piloten nicht aufhalten aber Egeta zieht einmal da weiter davon das fehlt mir jetzt nicht, aber muss man natürlich fairerweise anerkennen und ho ho so Nakagami crasht da und ich bin gleich ein bissl weg ja, wenn jetzt Egeta hier so attackiert hätte wäre jetzt eher mal weg vom Fenster gewesen aber zum Glück, dass nicht wir geflogen sind ich habe mich schon gesehen da ich konnte nicht mehr aufmachen ich habe mich schon das Fliegen gesehen übers blaue Kerb Unfall Rabatt Crash, schade aber es geht eben nix für ihn da ist bei Garo auch nicht mehr mit dabei hier spricht der Abschluss hier von den POTS Piloten ja, und Egeta wird das ja, ist jetzt erster genau das, was ich nie wollte ah, damit müssen wir leben ja, ich weiß nicht, ob wir doch ein schlechteres Angebot bekommen ich weiß nicht, erster sind, die da reden mal einkämen, wohl, werden wir schon bekommen wenn wir das schon vorangeboten bekommen haben auch wenn wir hier bei Pole Bird Motorsport sein sollten können wir zumindest einmal üben die Saison so, jetzt werden wir hier mal ganz ruhig schauen, ob wir da vorkommen eine turbulenten Anfangsfaser, ja, 14 Runden einmal zwei Mal ein Redding hier, aber die Scheine nicht hier und Egeta wirklich ranzukommen vielleicht wird er ja leicht verwirrt, wenn ich ihn überhole aber wenn er den Split hat natürlich ja, es bringt nichts, wenn ich vorbeifahre jetzt an ihm wenn er dritter wird, haben wir gleich viele Punkte, dann weiß ich nicht, wie die das rechnen aber momentan schaut sich nichts so aus wir werden natürlich keine Streckefahrt von uns wir werden natürlich keine, mit der Reaktion darüber starten auch klar wir werden ihn einfach nur überholen das weiß auch und sollte jetzt auch nicht wirklich viel Widerstand leisten knugerweise, weil da kann er Weltmeister werden aber soweit wie die Kriege nicht denken das müssen wir dann mitdenken für sie ja, gerade in dem Rennen jetzt noch im letzten ist er noch so gut auch, unglaublich na schau mal, noch richtig vorbei zwar, aber spricht alles viel boah, das war jetzt auch nicht mehr richtig habe ich noch genug Zeit ja, der Abschnitt wird ja immer größer hier, für die zwei Piloten da hinten ich bin zu schnell gewesen vielleicht zu spät, aber ok aber ich höre da, die kommen, die kommen jetzt muss ich, jetzt sollte ich schauen ui, dass ich nicht zu sehr aufhalte, wollte ich sagen so, jetzt gibt es nicht wieder im vorigen Rennen eine Wiederholung das war wieder mein Fehler gut, vorher auch, aber nie mehr ist das nicht rutsch, wir werden einfach weg, verstehe ich oh, wer ist da? oh, wer ist da? oh, wer war das? Redding, oder? ja, ahhh sie fährt da noch raus er muss im Zweikampf mit Kalio gewesen sein warum kann da nicht Agatha einmal so rausrutschen? ja, vielleicht kann ihn ja ja, jetzt haben wir nur mehr Kalio oh, das ist aber jetzt ganz schlecht wenn Redding weg ist, denn irgendwo Platz 3 kürzlich mehr ausgehen dann werden wir auf gleich viel Punkte das ist ja dann aber jetzt rein jetzt von dem her können weil die anderen sind dann zu weit weg hinter Kalio vorne dass ein automatischer Vierter wird und wir so einfach Weltmeister werden das geht sich dann nicht mehr aus, glaube ich so, jetzt sollten wir sich einmal konzentrieren hier und einmal ein bisschen weiter nach vorne kommen weil sonst spielt das alles sowieso keine Rolle sondern wenn wir nicht Erster werden das ist jetzt einmal eigentlich das größere Problem jetzt da, würde ich mal sagen ja, das ist ja nicht ein Trading schafft es einmal auf keinen Fall mehr wieder ganz nach vorne ja, ja ja Bernie Baum, zu nervös hier gibt es ja nicht auf der Wiese ja, das ist eigentlich nicht ja, das ist eigentlich nicht selber weg das ist eigentlich nicht selber weg naja naja Kalio sieben Jahr Redding Vierter immerhin ja nicht zu weit weg aber jetzt zu weit weg für Ding natürlich naja, Gott sei Dank kostet das nicht allzu viel ja, da waren wir erst mal gar gut Rating schon wieder, ja ja dann wollen wir erst mal gar gut Rating schon wieder, ja so vorbei nach außen, dann ist Fergaro ja ja fast leise ein bisschen geschwächelt so und wir sind zumindest einmal Vierter aber hier sehen wir uns, da ist er schon wieder vorne fast in der ersten und Crash wieder von Rabatt oh weh, oh weh, oh weh da könnte er seine Position im Endeffekt jetzt verlieren aber da hinten, ob jetzt Fünfter oder Sechster ist oder ist egal so, wir holen uns mal hier Simeon als nächsten Wiese aufpassen Wiese anbremsen da, die eine darf man nicht ist zwar eh logisch, aber in der Hitze des Gefechtes ja Hege, da wird sich da unten heben natürlich freuen er wird sich da ins Fäustchen lachen auf jeden Fall mit dem Helm er wird da schon eh den Titel sehen so lange einmal vor als ist sowieso Wettmeister schlecht hier wieder sehr unglaublich und der 47 glaube ich ist die Hälfte dann können wir noch halbwegs beruhigt sein so hier Simeon ja Julian Simon ich weiß nicht Simeon Julian Simon so ein doppelt oder so okay wir sind schon wieder dritter nein vierter vierter nein ein drittes genau die ganze die Tafel noch von der Stern und Ziegen ran und nächste komm Kalle da hätte er uns fast noch attackiert so jetzt sind die Wiese natürlich kein Sturz mehr gut das weiß ich natürlich vorher auch aber he naja probieren wir es gehen wir es noch einmal an kein Sturz der schießt er hängt vorbei bei Egeta ist gar nicht so weit weg hier von Calio, aber so weit, dass er ihn nicht angreifen kann, aber jetzt hat er jetzt nicht den Mega-Vorsprung. Streckenrekord von Baum hier. Er gibt nochmal alles. Aber es wird leider sinnlos sein. Wir können uns zumindest einen Tagessieg holen, immerhin. Vor, dass wir noch rankommen. Ich bin am Rinten-Hinterreifen schauen hier, da sind wir schon über die Hälfte runter. Ja, was geht? Der Vordere auch. Schöne Sonne hier, wunderschönes Wetter hier zum Abschluss in Valencia. Es hat wieder hier fast meine Wiese. Diesmal habe ich euch aufgemacht. Ein drittes Mal wird es nicht geben. Ich bin doch nicht auf der Stelle. Boah, darf ich nicht wieder bleiben. Das Blaue war das ja. Was ich eigentlich vermeiden wollte. Das Kapi an hier. Ja. Jetzt haben wir den Schlag hier. Die Schatten haben wir wenigstens. Streckenrekord. Oh, da schießt er wieder schon wieder. Er kommt Glück, wie er nicht erwischt. Ja, die sind ja einfach, um eine Spur zu scharf war. Also, weil es der Eingestellte so wieder dann wirklich abschießen. Das ist doch auch ein bisschen besser geht. Dass da einen gewissen Punkt, der nicht mehr angreift. Das ist natürlich jetzt nicht bei einer weiteren Möglichkeit gerade unten testen. Ja, eine Möglichkeit wäre natürlich hier ein bisschen leichter, aber dafür dann, ja, die Traktionskontrolle komplett weg oder so. Ob das vielleicht irgendwie, das müsste man testen, ob das Sinn macht. Weil dann muss man da mit der Kurve ein bisschen langsamer rausgehen. Initial wird der Reifen vielleicht nicht höher werden. Und sonst irgendwas, ich weiß nicht. Der Schalten. Das ist sowieso mit Joy-Bite nicht wirklich sinnvoll. Lenkrad beim Autofahren mit den Wippen. Das geht vielleicht noch, aber hier mit Joy-Bite. Das Schalten nicht, hab ich ja gesagt. Das geht nicht. So, gleich beginnt hier Runde 11 von 14. Und Kalio ist da weit weg. Er auch. Jetzt so Zweikampf mit uns natürlich. Verschuldet. So, also wir schauen mal da mal ziemlich schnell. Eger da mal angreifen. Vielleicht kommt ja irgendwie Kalio noch ein bisschen ran. Den Tagessieg gönnen wir ihn jetzt natürlich nicht. Und dann geht er nach dem zweiten Sturz. Hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht, dass er da noch herankommen hat, oder? Was hab ich gemeint, wenn ich 100% rein. Und wenn ich da vorne wegfahre, das wäre dann auch wieder ein bisschen los. Aber sicher nicht. Wohin, fertig. Wohin, fertig. Wohin, fertig. Wohin, fertig, wohnen. So, jetzt werden wir nach innen gleich mal probieren, jawohl. So, jetzt fährt er da mal ein bisschen raus. Weil er uns noch nicht vorzumachen. Und der Kieren jetzt kann... Ja, aber Kali ist da zu weit weg. Kali ist da zu weit weg. Espargaro-Crash hinten sehen wir da links unten in der Anzeige. Jetzt würde ich reichen, wenn ich Kali überholen würde. Da wäre jetzt wieder das Dritte und da müssen wir schauen, wie sie das rechnen, wer Erster wird und wer Zweiter. Ja, da ist er schön. Da ist er noch da. Und draus den Fehlern kommt hier Kali nicht ran. Ja, hätten wir den letzten Grand Prix gewonnen. Invo DG vor Ege da statt hinter Ege da. Das war mit dem Rennen gar nicht so bewusst eigentlich. Würde der Sieger jetzt natürlich reichen. Schau mal, wieder langsamer. Kali kommt vielleicht noch. Jetzt aber noch zwei Rupen, das wird zu wenig sein. Schau mal, wieder langsamer. Schau mal, wieder langsamer. Schau mal, wieder langsamer. Ja, die letzten Meter hier in der Wohntattoo, das geht sie knapp nicht aus, dass wir Weltmeister werden. Schade auch, aber er hat EGET einfach besser gemacht, gut im Strich. So, ja. Ja, es geht nur um EINE Platzierung zum Schluss, das ist einfach so. Oder drei Punkte nicht, aber... Einmal, ja, zum Beispiel im letzten Grand Prix im Odeke, einmal vor ihm. So kann es einfach gehen, auch nach 18 Grand Prix zum Schluss entscheidet er ein Platz. Das glaubt man da nie, wenn man am Anfang der Saison ist, ja, ein Platz mehr oder weniger, oder hin und her. Ja, genau das ist es dann jetzt hier. Letzte Runde hier mit der Wohntattoo wahrscheinlich. Ich muss noch nichts verschreien, aber... Ziemlich sicher, glaub ich. Ja, im Auto-Spiel haben wir dann auch zwei Qualifanks, glaub ich. Ja, egal, wenn er jetzt nicht mehr vom Motorrad fällt, oder ihm der Sprit ausgeht, oder sonst irgendwas, ist er zweiter, und ja. Und das war's. Und wir können nichts dagegen machen. Zumindest nichts Legales. So, die letzten Kurven hier in der Wohntattoo. Und das lassen wir hier auf der Wohntattoo. Ziele. Einmal abgestiegen. Ja, das war's. Wir werden also gleich auch optisch die Sieger auf dem Podest... Optisch werden wir die Sieger sehen. Aber hier sind zunächst einmal die Resultate. Ja, Redding... ...hat sich dann mit Carlyer duelliert. Wenn das vielleicht nicht so gewesen wäre, sondern anders, dass einer sich mit Edgarer duelliert hätte, das hätte ja schon gereicht, sodass er Dritter wird. Dann hätten wir ein bisschen schauen. Dann wären wir zumindest Punkte gleich gewesen. Ah, das war leider nicht so. So, jetzt sehen wir das Ergebnis. Die Normaltübertragung endet offiziell die diesjährige Motorrad-WM. Vier Punkte Rückstand. Ich möchte Ihnen fürs Zuschauen und Ihre Aufmerksamkeit danken und hoffe, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Und 300 Punkte haben wir 217. Die von Ihnen Edgar Milke. Ja, Edgar Milke und Bernie Baum verabschieden sich vor Ihnen. Kalex gewinnt souverän vor Sutter. Bonds, Kalex, Motebi, Speedup, Tech 3. Moriwaki. Schauen wir uns noch die weitere End-Tabelle an. Boah, das können wir daraus, glaube ich, auch. Ja, Redding dritter. Gleich viele Punkte wie Espargaro. Hat ihn aber irgendwie überholt anscheinend. Redding vor Espargaro. Ja, Kalio auf der fünften Rabatt. Das ist gut. Hat zwar einen Sturz gehabt, aber hätte er das auch nicht mehr geschafft. Ist aber zumindest vor Nakagami auf Platz 6 geblieben. Mit seiner Kalex. Dann Julian Simon. Teamkollege von Nakagami auf seiner Kalex. Alex Teroll mit 117 Punkten. Auf Platz 9. Da im Mittelfeld quasi. Dann Corsi. Oh, nur 85 Punkte. Ja, Teroll. Da nach vorne und nach hinten. Eins am 9. Alex De Angelis. Ja, Corsi De Angelis, die zwei Speedup-Piloten. Julian Simon. Xavi Simon, sorry. Von Belgien auf der 12. Passini 13. Luthi nur 14. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte doch ein bisschen weiter vorne erwartet. Dann Jordi Torres auf der 15. Johann Sarko. Marcel Schröter auf der 17. Ja, mit 9 Punkten. Das ist auch zu wenig. Um und nachher 0 Punkte. Bounce. Mike Di Migli. Unser Teamkollege. Auch 0 Punkte. Was noch hin und wieder mitfährt. Was aber dann Qualify immer so um die 12 war. Und dann fällt er auch immer zurück. Elias. Da ohne Elias auch keinen Punkt. West keinen Punkt. Cortese keinen Punkt. Dwellrot. Kent. Smith. Sucito. Was sind die nächsten? Lui Rossi. Odental. Mokai auch. Patita. Takahashi. Wie noch einmal alle durch geht es am Schluss. Ich glaube am nächsten Mal kann man das schon nochmal aufzählen. So. Das war's. Weltmeister. Hier haben wir das Egeta vor Baum und Redding. Das war's im Motto 2. Jetzt stehen wir noch einmal auf 1 um in die Stufe 81. Aber das ist da eigentlich relativ platte da oben. Ja. Gehen wir weiter. Er hat heute ein perfektes Rennen gezeigt. Diesen ruhmreichen Moment haben er und sein Team sich redlich verdient. Das war eine Menge harte Arbeit. Und ein kurzes Video für die ganze WM. Wäre darauf wirklich nicht zu viel gewesen. Da sieht man nur einmal die Statistik. Wirklich unglaublich. So. Was schauen wir sich dann nachher an. Noch einmal wegen der Farbe. Und das ganze. So. Jetzt schauen wir uns mal die Zeitung an. In aller Ruhe. Braukenschlag zum Schluss. In Valencia holt sich Lorenzo die finalen 25 Punkte. Was? Braukenschlag. Motto 2 Baumdrein viert. Er gewinnt das Rennen vor Egeta und Cali. Das ist logisch. Salom hat gewonnen und Vinales Nutrita. Aber das wird trotzdem nicht reichen. Oder? Für die Motto 3. Ja. Fünf Punkte. Oh. Er hat das auch um ein Rennen oder einmal ein, zwei Positionen hier auch sehr knapp. Plus Salom Vinales. Mora GP. Ja. Petrosa gewinnt natürlich. Und Lorenzo um einen Punkt hier hinter Marquez. Wieder nur Dritter mit seiner Yamaha. Ja. Da sind wir. Das ist auch klar. Dann schauen wir noch kurz die E-Mails an. Bevor wir dann weiter. Uh. Da geht es da hin. Schauen wir was der Teamchef sagt. Hallo. Glückwunsch zum heutigen Ergebnis. Du hast die Vorgaben erfüllt und wir sind mit deiner Performance auf der Piste sehr zufrieden. Weiter so Jürgen Link. Das war das letzte Mal, dass wir hier gesehen haben. Auf jeden Fall. Egal was jetzt dann noch kommt. So. Meisterschaftsergebnis. Exemplargebnis. Neues Team und Interesse. Okay. Dann schauen wir mal Meisterschaftsergebnis. Und jetzt, da das Rennivalentia vorüber ist, gönnen wir uns eine kurze aber wohlverdiente Pause. Ich hoffe, dass du dir eine kleine Auszeit vom Rennzirkus nimmst und neue Kräfte sammeln kannst. Ich für meinen Teil bin mit unserer Zusammenarbeit sehr zufrieden und hoffe, dass wir dies in Zukunft auch so fortsetzen können. Ihr Renni, ja das ist okay so weit. Die Leute in der Box ganz schön beeindruckt. Und wir wissen ja beide, dass das ein gutes Zeichen für deine weitere Kräfte sein kann. Mach weiter so Jürgen. Jawoll. Neues Team Alperni Fahrer. Da geht das Gerüchte um, dass das Team Technomark-Expert nach neuen Fahrer sucht. Ja, ist das jetzt das mit Dominik Ege da oder? Oder gibt es die oben auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Ja. Das war das. Das haben wir geschaut. Nochmal zum Schluss nochmal die Dress zum Anschauen. Aber die Videos sind ja online da. Wer will da nochmal reinschauen? Aber für jetzt nochmal, was das mit der Moto2 und dem mit unserem zweiten Team. Ja, ich spring jetzt quasi weiter zur nächsten Saison. Ja, das machen wir auf jeden Fall. E-Mail-Team, mit dem wir handeln und vertragen möchten. Hier ist eine Liste der Teams, die ein Angebot gegeben haben. So. Uh. Da geht es da hin. Da geht es da hin. Ach so. Na ja. Logisch. Moto2 natürlich auch. Gut. Die fallen weg. Dann. Das beste Team in der Moto2. Um Gottes Willen. Da fülle ich alles runter. Ist natürlich egal. Hier auch das beste Team. Also von der Stärke her eins der besten Teams. Bronze Kalix, normales Kalix Team von der Moto2. Und. Ja. Alle guten Teams sind da dabei. Oh. Und jetzt wird es ja interessant. Oh. 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 Alles klar. Rente. ART. Dann das Team hier von Karel Abraham. Wäre sicher auch geil. Auch ob das Ballbird glaube ich fällt. Fällt glaube ich weg. Ah. Motor Racing. Ja. Power Elektronik Aspar. Brauchen wir im Prinzip nicht viel reden. Glaube ich. Das wird es ziemlich sicher werden. Aber ich werde trotzdem jetzt das hier vielleicht im Raum stehen lassen. Und. Minimum jetzt einmal bis Freitag das lassen. Oder mal schauen. Wenn sich noch mehr beteiligen. Vielleicht dann bis nächste Woche. Obwohl nächste Woche wird es eng. Nein. Vielleicht doch nur bis Freitag. Vielleicht kommen ja ein paar Meldungen. Weil ich kann dann nächste Woche glaube ich nicht mehr wirklich fahren. Da bin ich da schon in Urlaub. Für zwei Wochen. Da wird es dann. Zwei Wochen dann gleich einmal letzt angekündigt. Ein bisschen weniger werden. So von 5. August weg. Zwei Wochen. Dann geht es wieder in der 3. Augustwoche. Da bin ich dann mal weg. Vielleicht kann ich in der ersten Woche den einen oder anderen unter Umständen auch noch fahren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber was geht. Ja. Am Freitag. Da werde ich gleich ein paar aufnehmen. Dann kann ich da in der ersten Woche noch ein paar hochladen. In der zweiten Woche bin ich nicht mehr im Lande. Aber in der ersten Woche bin ich zumindest noch da. Da kann ich zumindest ein paar hochladen. Wenn ich am Freitag den einen oder anderen noch schaffe. Dass es nicht dann ganz so ein großes Loch wird. Soviel einmal nur kurz zu der Info. Ja. Im Prinzip stehen jetzt die drei zur Auswahl. Paul Byrd Motorsport ARD. Brille Racing Technology. Karel Abram auch mit der ARD. Alles ARD eigentlich hier. Hat doch irgendwie anders gebaut. Witzigerweise. Oder auch doch nicht. Ja. Ich glaube das Team würde es wären. Sau geil. Randy Depignet und Alex Espargaro. Hier auch mit der rosen Nummer. Hier. Das ist einmal. Schade. Hier nur so am Rande. Hier mit der 14. Dass man hier zum Beispiel eine weiße Nummer mit dem roten Rand. Das wäre auch geil. Dass man das so ein bisschen individualisieren könnte. Ja. Jetzt hätten wir hier für den Modo Tool wirklich Top Angebote. Keine Frage. Mark VDS. Ital Danza. Und die drei Top Teams einfach. Aber das ist egal. Das wird es glaube ich wären. Also ich spreche mal. Meine Stimme liegt einmal für dieses Team bereit. Aspar. Also wer möchte. Braucht nur reinschreiben. Also wer nicht viel schreiben möchte. Aspar. 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 Vielleicht noch ein Satz dazu warum. Aber das muss nicht sein. Einfach nur dass ich es dann zählen kann. Zurück. Kann ich ja nicht gehen. Das geht ja nicht. Beim Team bleiben. Anzeigen. Dann muss ich das jetzt abwürgen. Ich hoffe er hat das bis da hierher gespeichert. Das hoffe ich doch. Ich glaube nicht, dass ich in Valencia noch einmal fahren müsste, wenn ich das hier komplett abbreche. Ja, das war es auf jeden Fall mit der Moto2, vielleicht zum Schluss noch ganz was anderes. Am 3. September, glaube ich, kommt ein Strategiespiel raus, ist zwar jetzt hier, in dem Rahmen haben wir natürlich nicht angesagt, weil hier die Motorsportfreunde und die Motorradfreunde und Motorsportfreunde, so würde ich es euch sagen, die wahrscheinlich vermehrt unterwegs sind und zusehen, wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, aber vielleicht gibt es ja einen, jetzt nur ein Satz zu dem Thema, dem Strategiespiele interessieren und es kommt Roam2, wer es kennt raus, dort ein runden Strategiespiel, wo man so quasi Europa, müsste da glaube ich sein zu sehen, so mit Nordafrika dabei, bis England rauf und rechts rüber, weiß ich es nicht genau, bis Indien, glaube ich, geht es nicht ganz, aber egal, auf jeden Fall da eine Strategiekarte, da kann man Städte bauen, Armeen bauen und und und, Armeen verschieben und dann Echtzeit Schlachten austragen, wer es jetzt gar nicht kennt, da nur eine kurze Frage von mir, ob da wer Interesse daran hat, ich habe, ich kaufe es mir auf jeden Fall, spielen werde ich es auch, bin überlegen, ob ich vielleicht ein kleines Let's Play doch starten werde, vielleicht, eins werde ich vielleicht doch starten, wäre doch super oder nicht, wenn es auch, vielleicht wen interessiert, der kurz da reinschreibt, ja, Roam2 oder Roam2 würde mich interessieren, das noch kurz zu dem Thema, kurze Abschweifung Richtung Strategiespiel. Ja, das war's, danke fürs Zuschauen bei der Moto2, das Team, also mein Wunsch, ich hoffe und ich glaube auch, dass da alle anderen, dass die Mehrheit das wahrscheinlich auch so sehen wird. Abraham, ja, zumindest optisch schaut sich geil aus, muss ich sagen, also da gibt es einmal nichts, der ist auch alleine, das wäre auch so, quasi als, ja, kleines Argument, dass wir da zu zweit im Team wären, aber, nein. Ja, 4, 1, 1, 4, was könnten wir da noch nehmen, 44 oder 11, hm, wenn es das überhaupt gibt, von der Nummer her gesehen, aber vielleicht bleiben wir auch bei uns auch 55, also 1 und 4 und 4 und 1 ist auch 5, sind 55, naja, auf jeden Fall, ich werde jetzt mal das Spiel abwürgen und ich hoffe, das funktioniert danach, wer will, kann sich ja daran beteiligen, falls es keiner bis Freitag ist, nehme ich auf jeden Fall das Team, weil meine Stimme ist einmal abgegeben mit ARD Team, das werde ich auch gleich reinschreiben dann, unten ins Comment und wer eben Lust hat, kann sich noch einmal kurz daran beteiligen, an der Abstimmung, plus, ja, vielleicht, an Rome 2 Interesse hat, an Let's Play, auch kurz zwei, drei Wörter vielleicht, wenn er es hat. So, jetzt reicht es aber wirklich mit dem Gequassler hier und, ja, wir sehen uns am Freitag höchstwahrscheinlich, dann mit dem ersten Part, mit dem Gaming Rule Bike hier, was wir nehmen werden, wahrscheinlich mit dem und bis dorthin, ciao, ciao und danke fürs Zuschauen, ciao, ciao.